Hi, Andy Anderson vom Composure Magazine. Unsere Wie werde ich Ratgeberin? Ich will lieber Dinge schreiben, die wichtig sind. Woran orbit ist zu gerade? Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Zuerst mache ich ihn richtig heiß und dann vergraule ich ihn wieder, indem ich alles tue, was eine Frau nur falsch machen kann. Ich komme bei jeder Frau gut an. Da würde ich gern den Beweis sehen. Wirklich? Eine Frau muss sich in dich verlieben. Die Wette gilt. Wer soll die Glückliche sein? Sie. Wer, Sie? Die da in dem grauen Kleid. Hi, ich bin Benjamin Barry. Andy Anderson. Oh, du bist schon dabei, dich in mich zu verliehen. Du wirst ja bald wenigstens, dass du tot wirst. Hi. Hallo. Ich habe meine ganzen Lieblinge mitgebracht. Nein, nein. Ich habe mit dem Computer Fotomontagen von uns gemacht. Unsere Hochzeit. Hier sind die Kinder in der Schweiz und Jodela Hinti. Unsere Kinder sind wirklich attraktiv. Das ist, das ist sowas wie ein Hund, was? Am Wochenende pokern wir bei dir. Ja, Männerabend. Findest du mal einen Männerabend? Guck mal, wer da ist. Ich muss diesen Kerl knacken. Wir haben Alarmstufe rot. Schneiden. Ein Tropchnäschen sieht niemand so sehr gern. Rotchnäschen. Es ist vorbei. Nein, nein, nein. Nicht in Frage. Mein Freund sagt, ich bin zu fett. Ich kann in seiner Gegenwart nicht essen. Schatz, ich finde sie nicht zu fett. Raus mit dir! Oh mein Gott. Und trotzdem ist er immer noch mit dir zusammen. Er ist nur ein bisschen widerstandsfähiger, als ich dachte. Wo ist die sexy, coole, lustige, smarte, schöne Andy, die ich kennengelernt habe? Erlebt dich. Treffen wir uns morgen. Erleben Sie... Für dich, Andy. Oh mein Gott. ...wie sich eine einfache Aufgabe, die zehn Tage dauern sollte... Ach, er ist wirklich süß. ...zu etwas entwickelt... Ich kann diesen Artikel nicht schreiben, Lana. ...das ein Leben lang halten könnte. Ich kann ihn nicht schreiben, weil ich ihn mittlerweile so gut kenne. Du bist wunderschön. Du schreibst den Artikel. Ich habe ihn in 48 Stunden auf meinem Schreibtisch. Wo ist Andy Anderson? Sie ist nicht da. Paramount Pictures präsentiert... Andy! Kate Hudson. Diese Frau macht mich wahnsinnig. Matthew McConaughey. Es tut gut, mit dir zu reden, kleine Mann. Wie werde ich ihn los? In zehn Tagen. Richtig oder falsch, in der Liebe. Und im Spiel ist alles erlaubt. Richtig. Tolle Antwort.